hallo freunde und herzlich willkommen hier zu einer spätausgabe der news und was für welche freunde richtig hot denn ab heute könnt ihr wieder die playstation 5 vorbestellen denn laut offizieller twitter seite von otto und saturn haben wir die chance freitag dem 25 september vormittag vorzubestellen nur solange der ford reicht steht hier bei otto und vormittag ist so eine lange spanne da hat jemand gefragt wann und otto schreibt man munkel zwischen 10 und 12 mit smiley ja da würde ich nicht auf 10 uhr vertrauen sondern ein bisschen früher da sein und dann refreshen und hoffen dass dann man eine pre ordern kann also otto schreibt das und saturn steht das gleiche ps 5 wieder vorbestellbar bei saturn wann am 25 9 am vormittag nur solange der ford reicht jetzt sichern ja wenn saturn und otto welche haben ich denke auch amazon wird welche bekommen da würde ich jetzt auch am besten das handy stellen früh genug da sein und dann hier oben alle seiten aufmachen und refreshen und eine wird schon klappen ich drücke euch auf jeden fall die daumen dass ihr die neue sony konsole abbekommt also zur vorbestellung auf saturn.de otto.de amazon.de und vielleicht auch andere händler müsst ihr mal abchecken freunde ich hoffe diese news hat euch gefallen ich sag bis demnächst bye bye